Um eine gute Verklebung des Quellbandes auf dem Untergrund sicherstellen zu können, ist die Vorbereitung des Untergrundes wichtig. Dieser muss staub-, fett- und eisfrei sein. Lose Teile müssen vorab entfernt werden. Polyproof X1 – ideal zur Abdichtung von Betonfertigteilen und genauso zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Ortbeton bzw. in Elementwänden. Um das Quellband sicher in seiner Lage zu fixieren, drücken Sie es leicht ein. Drei Dinge übernimmt unsere Polymer-Quellpaste SX100. Die Funktionen der Fixierung des Quellbandes, die Egalisierung des Untergrundes und es dichtet gleichzeitig auch noch ab. Die Noppen bei Polyproof X1 bewirken eine Wegverlängerung für das Wasser. Sie sehen selbst das erstaunliche Ergebnis. Bei kontinuierlichem Wasserkontakt und ungehinderter Quellung nimmt das Volumen bis zu 400% zu. Die abdichtende Wirkung des Quellbandes erfolgt einerseits durch die Volumenzunahme durch Quellung und der Einbettung zwischen mindestens zwei Betonflanken. Der Einbettung des Quellbandes Der Einbettung des Quellbandes